Ja, aber darauf habe ich jetzt keine Lust, vor allem, weil ich nicht so viel Obsidian habe. So, Säulen habe ich, glaube ich, zu wenig gemacht, glaube ich. Die kann man halt wie Baumstämme, kann ich auch so setzen und so, ne? Was wollen wir nicht? So, da kommen hier die Säulen so erstmal in der... Boah, Alter, das Portal, das irritiert mich. In der Ecke? Wo ich dann die Treppen überall hinpacken, wie weiß ich noch nicht. Und so. Ein paar Seiten brauchen wir noch. Ja. Nein, ich will jetzt nicht gemeisterte Quarz. Ähm, 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 ähm. Hier noch was nochmal so. Ach, Säulen, ja, ich werde bestimmt noch irgendwann ein paar brauchen. Ähm. So, wie mache ich das jetzt? Mache ich jetzt hier schon. Nein, ähm. Dann brauche ich noch... Boah. Brauche ich aber noch mehr Quarzstufen. Dann brauche ich noch einige Stufen mehr. Na, schon wieder nicht. Jetzt aber so, gut. Ja, da wollen wir noch einige Stufen mehr. Aber ich wiederhole mich hier andauernd, wa? Bah, springe. Ähm, ja. Gut. Kurz was essen. Dann mal gucken, die fuck mache ich mal weg. Dann kommt hier so... Machen wir den gemeißelten Quarz da. Kommt dann hier so hin. Was dann das hier alles noch so soll und so werdet ihr gleich sehen. Ähm. Ah, ich brauche noch erstmal ein paar Stufen. Acht werden wohl auch nicht ausreichen. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann machen wir nochmal. Ach, was soll's machen war... Äh... Nochmal 20. Obwohl das wird natürlich nicht... Das reicht ja trotzdem nicht. Äh, wenn schon 20 für oben nicht gereicht haben. Ne? Ähm. Machen wir mal 40. Ein bisschen Quarz haben wir ja auch schon, also... Sollte das klar gehen. So. Wo war ich denn, ihr Lieben? Da. Gut. Das klappert doch. Alles ganz gut hier. Ähm. Erstmal wieder kurz das Licht vor. Packen wir mal auf den Boden. Hätte ich nach sowieso alles wieder wegreißen müssen. Oder so. Ich glaube zwar... Ah, jetzt wird der Raum wieder um hier ein bisschen klein. Das Portal, naja... Ah, naja... Machen wir mal so... Machen wir mal nicht ins Portal gehen. Na, ich würde ja gerne jetzt rum rumsetzen, aber dafür ist der Raum, glaube ich, wieder zu klein. Machen wir das auf der Seite hier. Genau so. Wow. So. Genau mit den Stufen gereicht. Als ob ich es geahnt hätte. Dann nehmen wir mal kurz diese hier. Machen wir mal kurz diese hier. Machen wir dann diesen hier, so. Sieht vielleicht etwas merkwürdig aus, aber naja. Machen wir mal so. Ein bisschen rumspielen damit. Nein. Nicht. So. So. Und aus denen hier macht man wieder... Diese. Ja. Das sind jetzt zu wenig, logischerweise. Und, ja gut, das gleiche machen wir an der Decke dann auch noch, oder würde ich sagen, könnte man so machen. Die Quarzsäulen. Was mache ich denn mit denen noch? Die könnte ich irgendwie vielleicht auch noch zu verziehen. Ja, schade. Jetzt ist natürlich ein zu hoch hier. Ich brauche erstmal noch diese anderen Quarzdinger halt, diese diese Stufen da. Da die, genau. Und damit machen wir erstmal so. Einfach mal hier so quer rüber. Aber wie gesagt, was ich in deiner Mitte mache, weiß ich noch gar nicht. Da könnte ich, ja doch, da könnte ich, obwohl das könnte komisch aussehen. Egal, probieren. Zur Not wegreißen geht ja immer noch. Habe ich noch... Nein, Stufen habe ich nicht mehr schon. Also Treppen, schade. Aber werde ich gleich noch mal was machen. Vielleicht... Na boah, Alter, was wird das hier. So eine Scheiß. Hm, so. Genau so. Soll das sein. Springer. Die Frage mache ich den... Ah, das war... Guck ich gleich nochmal. Aber ich brauche erstmal... Hau schon, sagen wir mal, ich bin nur 17. Ah, wie viel brauche ich denn davon mal? Ach. So. Ich brauche sowieso noch bestimmt später mehr, ja. Das heißt, nochmal kurz zurück und dann noch mehr machen. Immer mehr, immer mehr. Bei der Gelegenheit kann ich auch... Gleich noch... So, das sollte erst mal reichen. Kann ich gleich noch ein paar Treppen machen. Obwohl, eigentlich brauche ich ja erstmal nur... Ah, komm her. So, das sollte eigentlich auch erstmal wieder reichen. Für das, was ich mir so gedacht hatte. Oder ich muss mit dem Boden wirklich noch einen weiter reingehen. Damit das passt. Könnte man vielleicht auch machen. Weiß ich noch nicht. Maa. Ich wollte doch keine... Lecks... Maa. Und so viel sind ja auch nicht weg. Obwohl das so noch wecken muss. Mäß man ja... Boah, noch mehr weggeschlagen. Egal. So. Nein, nein, nein. Nicht ins Portal. Boah, geht's auch so. Hm. Ach geil. Machen wir einfach so erstmal. So, dann hier. Alles weg. Nein, nicht ins Portal. So waren wir den Gemeißelten. Da haben wir schon eine Hand. Gut. Nein, das sollte nicht. So. So, der kommt wieder her. Ach klar, das wird schon irgendwie... Oder ich mach genau da, da in die Dinger kann ich dann... Könnte ich... Mach ich nur Glowstones, keine Redstone-Lampen. Das wäre zu umständlich. So, ganz einfach. Meter Zeugs... 13 Glowstones. Werden wohl nicht reichen. Schätze ich mal. So einfach jetzt so. Nicht jetzt mal hier... Das weg. Weil die Wände dann schon oben und unten, ne? Wenn schon, dann schon. Ja, reichen wohl nicht. Ob ich an der Seite dann vielleicht auch noch Glowstones reinmache, weiß ich auch noch nicht. Die Seitengestattung kommt dann gleich. Nein, das war zu viel, aber ich hab jetzt zum Glück... Die Behutsamkeitsspitzel kommt damit. Meine Fresse, ey. Ich kann schon wieder gar nicht mehr labern. Mit ganz viel Lecks kommt man trotzdem nicht weiter. Ähm, ja. Genau so, nicht wahr? Und dann sollte das hier drin auch allgemein hell genug sein. Ich weiß nicht, in so einem Portalraum wäre es vielleicht... Wo ist denn der eine? Ich hatte eine ungerade Zahl an... Glowstones? Wo hab ich den denn? Was zum Teufel? Diese mal kackten Lecks, die waren mir noch verrückt. Na egal, ähm... Ich muss kurz durchs Portal und mir... ...vier Glowstones angeln. Okay, das mach ich nachher. Ich werde jetzt allgemein hier erstmal weiter ausgestalten. Ah, toll, jetzt den Hund muss ich dann wegpacken. Da, da ist doch der Glowstone. Ich hab's gewusst. So, die Säulen erstmal nicht, aber... ...die sind da. Ah, wie viel mach ich mir denn mal? So, machen wir mal zwölf. Stell mal auf, Hunde. Du musst dann nämlich weg. Was ist weg da? Nein! Warst du schon auf dem richtigen Weg? Komm raus, komm raus, komm raus. Aus dem Haus, komm raus, was weiß ich? Na los, Feuer. Raus hier. Mann, jetzt geh da raus. Alles immer extra umständlich hier. So, geh da raus. Du, du sollst hier raus. So, sitzt, steh auf, raus. Geh da jetzt raus. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich die Stufen hier austauschen. Was, wieso leckt er und so? Egal, jetzt setz ich hin. Braves Hündchen. So. Mach ich hier vielleicht nochmal Säulen? Könnte ich machen. Könnte man tun, ne? Können hier aber auch nochmal welche hin. Was ist denn hier auch welche? Wegen Verzierung und so und hier auch. Das heißt, ich brauche mehr Säulen. Das heißt, ich mache mir ein paar mehr. Machen wir mal. Ja. Warum auch nicht? So. Äh. Säulen. Äh. Tja, Fackel, du musst leider schwinden. Ähm. Darum wird es wahrscheinlich nicht so mega prall aussehen, aber er sieht speziell aus. Damit reicht mir. Das wiederum finde ich jetzt gerade voll nervig. So. Wo habe ich? Da ist die Stufe. Hä? Wo? Was? Man, na, jetzt leckt wieder die Stufe ewig rum, oder was? Ist ja auch irgendwie uncool. So, dann hier nochmal Säule hin. So, jetzt ist die Stufe wahrscheinlich wieder da. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So. Weiter hier. Ähm. Vielleicht sollte ich nur mit Obsidianen und die Akzente sitzen oder so habe ich gerade aber keine Lust zu. Weil ich dazu Obsidianen bräuchte. Ja, logischerweise. Ähm. Ach, hier in die Seite könnte ich... Da könnte ich doch einfach mit ein paar Glowstones... Äh, Eisen habe ich nicht gesehen. Ich könnte doch einfach ein paar Glowstones hinpacken. Vielleicht würde das auch gehen. Merke ich mir. Planen, ja. Wenn dann lieber mal Glowstones und dann geht das schon. Äh, Säule, 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 Säule. Zack. Und nochmal. Und hier hinten das Ganze auch nochmal. Mensch, wer hätte es gedacht? Ja, gut. Außer die Lexer, die wollen das nicht. Ähm. Ähm. Ja. Nein, nicht schwer. Boah. Der will mich nicht die Spitzhacke nehmen lassen. Hätte ich gerade das Gefühl. Pennei. Und Säule, 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 Säule. Kann ich mich jetzt überhaupt schon aufnehmen? Ich muss noch kurz gucken. Äh, fast zwei Stunden. Gut, den Raum mache ich ja noch fertig. Und dann denke ich mal, werde ich aufhören. Für heute. So, dann. Bisschen mit dem. Ne, da. Quarzzeugsterum spielen. Na, mache ich die ganze Zeit mit dem gemeißelten Quarzblock. Meinte ich natürlich. Logischerweise. Mh. Bam. Na los. Doch. Oh ja, hier. Ähm. Gut, ist, ja. Äh. Neue bauen. Wo soll ich denn sonst diese Dinger gemacht? Zwölf. Das wird wohl nicht reichen. Da muss ich nachher nochmal welche bauen. Aber na ja. Noch haben wir genug Quarz. Noch, ja. Wenn wir da, da. Der man. Die. Äh. So.